So hier bin ich wieder zurück zum zweiten Teil des Video Tutorials. Nachdem wir jetzt schon den TSS Server von Tiny Umbrella erfolgreich gestartet habt mit den SHSH Blobs von iOS 5.0.1 müsst ihr jetzt euer iPhone in PoundDevU Mode starten. So hierfür ladet ihr euch jetzt erstmal RedSnow runter auch hier in diesem Tutorial angelegt. Hier wieder für Windows. So ich habe ein Premium Download. Ihr müsst leider ein paar Sekunden warten. Zielorten anzeigen. Hier entpacken. So ganz wichtig unter Windows müsst ihr immer RedSnow mit Administratorrechten ausführen und XP nicht. Unter Windows Windows 7 ist das notwendig. Das macht ihr mit einem Rechtsklick. Als Administrator ausführen. So wieder den Sicherheitsnachweis bestätigen mit Ja. Dann seht ihr hier das Menü von RedSnow. Geht auf Extras und wählt den PoundDevU Mode. So wie ihr jetzt sehen könnt wird euch beschrieben wie ihr das ganze machen müsst. Ihr müsst jetzt erstmal euer iPhone ausschalten. Habe ich noch nicht gemacht. Mache ich jetzt gerade. Einfach den Power Knopf lange gedrückt halten bis das Slider kommt und dann den Slider zur Seite schieben. So wie ihr seht ist jetzt Next nicht mehr ausgekraut. Mein iPhone ist aus. Jetzt gehe ich auf Next. So drei Sekunden lang den Power Button gedrückt halten. Jetzt die Home Taste gedrücken gleichzeitig. Also die Power Taste nicht loslassen. Der Zähler geht jetzt hier runter. Drei, zwei, eins. Power loslassen. Home immer noch gedrückt halten. So jetzt macht euer Rechner ein kleines Geräusch und der Exploit wird gestattet. So das war es auch schon mit RedSnow. Jetzt ist euer iPhone im PoundDevU Mode. Jetzt können wir gleich loslegen die iOS 5.0.1 einzuspielen. Das seht ihr im nächsten Video. Bis gleich.